Ich bin erschüttert, liebe mit Scham erfüllten auf dieses bröckelnde Skelett, was einmal unser schönes Land war, schauenden. Erschüttert und alarmiert. Nicht wahr? Ich habe eine kleine Landpartie gemacht. Auf Moppetl mal so ein paar Dörfer in der Umgebung abgeklappert. Jede größere Kuhbläcke ist inzwischen rappeldicke voll mit diesen exotischen Farbtupfern. Nicht wahr, diese von der Schwabzi-Fäser ins Land geholten Sozialmoskitos? Und die nahe Kleinstadt erst, die gleicht einem Ghetto. Da sind sie, die von der Merkel- und Scholz-Regierung ungefiltert in unsere einst vernünftig ausbalancierte, republikgeschleusten Fachkräfteersätze. Da lungern die in Schnarchsilos rum und konsumieren Sozialabgaben in Milliardenhöhe. Bettenbogen, gefüllt mit professionellen, gut ausgebildeten, diese Gesellschaft bereichernden, nur für den Übergang kurzfristig Hilfebedürftigen. Ja, ja, alles klar. Was ist denn eigentlich aus Hilfe zur Selbsthilfe geworden? War das nicht mal der Ansatz, den Entwicklungsländern unter die Arme zu greifen und solch eine Flutwelle und die damit verbundene gesellschaftliche und finanzielle Überforderung der hier Eingeborenen zu verhindern? Wenn ich mich so umgucke und ich spreche hier vom ländlichen Raum, nicht wahr? Nicht von den Großstädten, wo Hopfen und Malz eh längst verloren ist. Dann sind die Deutschen im eigenen Land mittlerweile beinahe in der Unterzahl. Und die Schwabzionalsozialistin Faeser, die stellt sich dreist hin und verbietet zum Beispiel dem Land Brandenburg, die Grenze nach Polen für diese Schwärme undurchlässig zu machen. Ja, ist die denn wahnsinnig? Blöde Frage eigentlich, war eh nur rhetorisch gemeint. Die ganze Scholz-Regierung ist nicht nur wahnsinnig, die wollen uns doch tatsächlich aus unserem eigenen Land herausbrüten? So sieht es doch aus, oder? Die denken ein bisschen wie bei Braveheart, nehme ich an, nicht? Was wir nicht raus ekeln können, das werden wir eben rausbrüten. Na wartet, der Brut werde ich jetzt aber zeigen. Wartet mal die nächste Wahlfälschung ab. Du, da geht es dann aber zur Sache. Obwohl mit 16 wählen dürfen, vielleicht die ganzen Neubürger auch gleich ran an die Wahlurne und die Grenzen sperrangelweit auf für alles offen, außer für Fachkräfte. Hm, 10 Jahre dauert es noch länger nicht. Und ich freue mich jetzt schon drauf. Ja, dann sind die Deutschen im eigenen Land in der absoluten ethnischen Minderheit. Wie, warum soll man sich da freuen? Sehen wir es doch mal so. Wenn nur noch ein paar von uns da sind, dann genießen wir doch besonderen Schutz. Artenschutz sozusagen, nicht wahr? Sie und ich auf der roten Liste der bedrohten Arten. Und dann kriegen wir einen Ring an den Fuß. Die müssen extra Behausungen für uns vorhalten. Mit Swimmingpool und Lamborghini oder Porsche vor der Tür. Bisschen wie im Zoo. Und dann schickt die Fäser Busse vorbei mit Touris zum Anglotzen. Ich freue mich nicht. Egal, Sie können mir ja gerne in die Kommentare schreiben, wen Sie gerne mit dem Besen... Ach, besser nicht, lassen wir das lieber. Das mit dem Besen meine ich. Und schauen Sie sich gerne heute Abend noch den Brennpunkt an. Ich bin erstmal raus aus der Nummer, jedenfalls für heute. Ich wünsche noch einen guten Abend, schönes Wochenende. Ende der Übertragung und zwar jetzt. Ende der Übertragung und zwar jetzt.